Heute zeige ich euch den vermutlich einfachsten Weg, mithilfe von JavaScript zwischen verschiedenen CSS-Themes zu wechseln und diese dynamisch unendlich zu erweitern. Wir haben ein Default-Theme, ein Dark-Theme, ein Neon-Theme und wie gesagt, unendlich viele Möglichkeiten, weitere hinzuzufügen. Also los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es um CSS bzw. um sogenannte CSS-Themes. Wir werden also ein Color-Theme für eure Webseite, eure App bauen und ermöglichen, dass man mit JavaScript zwischen diesen verschiedenen Themes hin und her wechseln kann. Das Ganze ist nicht wirklich schwer, dauert auch nicht wirklich lange und ist unfassbar praktisch für fast jede Applikation. Also legen wir damit gleich los. Wenn ihr Fragen oder Probleme habt, wie immer ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr die zu Discord, wo ihr die Community sehen könnt und einfach mal Hallo sagen, Fragen stellen, Fragen beantworten oder einfach mal mit gleichgesinnten Runden quatschen könnt. Ansonsten legen wir jetzt los. Viel Spaß und auf geht's! So wie in jedem meiner Videos gibt es erstmal eine kleine Tour durch mein Setup. Ihr seht hier Visual Studio Code, hier an der Seite seht ihr Chrome. Natürlich ist das alles unten in der Videobeschreibung verlinkt und da erkläre ich auch, wie mein Setup hier an der Seite aufgebaut ist. Mein Setup unterscheidet sich heute allerdings etwas von meinem üblichen Setup. Ich habe nämlich schon ein bisschen was vorbereitet. Unsere MainJS ist eigentlich relativ leer und Standard, da werden wir gleich unser JavaScript reinschreiben. In unserer Index-HTML ist auch alles per Default, da werden wir ein paar Buttons definieren, aber mehr auch nicht. Was sich unterscheidet, ist einmal unser Style-Bereich. Hier lade ich nämlich per Default drei weitere SCSS-Dateien, nämlich einmal das Neon-Theme, das ist komplett leer, das Default-Theme ebenfalls komplett leer und wer es schon erraten hat, das Dark-Theme, was ebenfalls komplett leer ist. Mein Preset ist normal definiert, allerdings habe ich hier meine Farbvariablen entfernt, also sonst unterscheidet sich das aber nicht von meinem Default-Preset, wo ich einfach nur ein paar Geschichten definiere wie eine Schrift und das alles quasi hier in der Mitte vom Demo-Screen zentriert ist. Das ist also relativ unwichtig für dieses Tutorial, allerdings sind diese drei Theme-Dateien sehr entscheidend, weil ihr so einfacher zwischen verschiedenen Themes wechseln könnt und den Überblick behaltet. Deswegen empfehle ich immer, für jedes Theme eine eigene Datei anzulegen, dann behält man den Überblick, weil es können ja relativ schnell sehr viele Farbvariablen werden. Prinzipiell müssen wir jetzt erstmal ein bisschen mit HTML anfangen und uns einige Buttons definieren, also auf geht's. So und los geht's mit unserem HTML-Bereich und als erstes definiere ich mir hier einen Button. Dieser Button bekommt von uns ein sogenanntes Data-Attribute, deswegen sage ich hier Data, dann den Namen unseres Attributes, in unserem Fall Theme und das Value ist einfach leer. Außerdem bekommt unser Button eine Klasse, nämlich Theme-Switch und natürlich ein Label, in unserem Fall Default. Wenn ich mir diesen Button erzeuge und das Ganze abspeichere, habe ich hier einen Button, der quasi ein Data-Attribute besitzt, nämlich Theme. Das ist aktuell halt wie gesagt None, weil unser Default-Theme ist halt einfach None. Unser Plan ist nämlich, dass wir dieses Theme quasi einfach auf unser Body-Element übertragen können, sodass dann quasi unser Body-Element alle weiteren Elemente definiert. Und wir können jetzt hier einfach hingehen und sagen, okay, wir haben einen zweiten Button und einen dritten Button. Ihr könnt das natürlich bei euch auch beliebig skalieren. Und zwar haben wir hier einen Switch für den Dark und hier unten einen Switch für unseren Neon-Theme. Außerdem müssen wir jetzt unser Data-Theme auch ein Value übergeben und zwar sagen wir hier Theme-Neon und wer es schon erraten hat, natürlich bekommt unser Theme-Dark ebenfalls ein Value und zwar Theme-Dark. Das Ganze speichern wir jetzt ab, haben hier drei Buttons, wenn ich hier drauf drücke, passiert aber noch nichts. Wie gesagt, unser Plan ist, dass wir unser Data-Theme an unser Body übergeben können. Dafür brauchen wir JavaScript und damit legen wir jetzt los. So, dann legen wir mal los mit unserem JavaScript. Ich habe hier an der Seite schon mal die Konsole aufgemacht, weil hier wie gesagt unser Plan ist, unser Data-Attribute, also Data-Theme auf unser Body-Element zu übertragen. Um das zu erzielen, müssen wir jetzt ein bisschen JavaScript schreiben und als erstes definieren wir uns hier einfach mal eine Variable, nämlich Buttons. Hier sagen wir Document QuerySelectorAll, also holen uns alle unsere Elemente mit einer bestimmten Klasse und zwar mit der Klasse ThemeSwitch. Das füge ich jetzt einfach hier oben ein, ein Ausrufezeichen zu viel und in dem Moment haben wir alle unsere Buttons als Variable verfügbar gemacht und können jetzt hier einfach mit Punkt vor und dann each über jeden unserer Buttons drüber gehen. In dem Moment wollen wir jedem unserer Buttons einen sogenannten Event-Listener geben, also sobald wir darauf klicken, soll etwas passieren. Dafür sage ich einfach Add Event-Listener und sage hier das Event-Click. Hier wollen wir eine Funktion aufrufen, nämlich Set-Theme und diese Funktion Set-Theme müssen wir jetzt natürlich noch definieren. Und zwar sage ich Function Set-Theme, übergebe hier unser Click-Event, was quasi aus unserem Event-Listener hier oben an unsere Funktion übergeben wird, wenn wir das Ganze so definieren. Und sage hier einfach, okay, wir haben unser Document und füge jetzt hier einfach ein Body ein und dem Body sage ich jetzt Data Set Punkt und sage hier Theme. Unser Event hat natürlich ein Target, das ist der Button, auf den wir geklickt haben. Unsere Buttons haben ja ein Data-Theme, also sage ich hier Data Set Punkt und dann Theme und kann jetzt hier quasi einfach unserem Body unser Data-Theme zuweisen. Wenn ich jetzt hier auf Neon klicke, seht ihr, unser Body hat das Theme Neon bekommen. Wenn ich hier drauf klicke, hat unser Body das Theme Dark bekommen. Wenn ich hier drauf klicke, hat unser Body das Data-Theme einfach Default oder Empty bekommen. Das Wichtige ist, wir haben so die Möglichkeit, unendlich viele Themes hinzuzufügen. Ihr müsst quasi nur neue Buttons erzeugen, die ein neues Theme hinterlegt haben. Aber jetzt haben wir alles, was wir an JavaScript brauchen und können mit CSS bzw. SCSS loslegen, um unsere eigentlichen Themes wirklich zu definieren. So, das Erste, was wir machen wollen, wenn wir unser Theme definieren, ist erstmal unsere Buttons ein bisschen schöner aussehen lassen. Hierfür greife ich jetzt einfach auf unsere Buttons zu, indem ich sage Buttons und dann Theme-Switch, wo ich quasi einfach jetzt alle Buttons anspreche, die die Klasse Theme-Switch besitzen. Hier sage ich, die bekommen erstmal von mir einen Innenabstand, ein sogenanntes Padding, einfach der Abstand vom Text zum Rand. Dann will ich gerne runde Ecken, das mache ich über Border Radius, sage noch eine Schriftgröße, in unserem Fall 2 Rem, also einfach, dass die Schrift ein bisschen größer ist. Ich möchte die Default-Border unserer Buttons verstecken, das mache ich mit Border None. Sage auch noch, dass wir so einen Cursor bekommen möchten, einen Pointer, wenn wir mit der Maus darüber gehen. Wächtersabspeicher haben wir hier schon mal drei schöne Buttons. Wir wollen jetzt noch ein bisschen Abstand zwischen den Buttons, deswegen sage ich mir hier einfach Margin, also den Außenabstand, in diesem Fall nach unten von einem Rem. Außerdem wollen wir, dass die Buttons alle gleich groß sind, das mache ich über MinWiz und definiere das hier als 15 Rem und habe jetzt schöne Buttons definiert. Das ist für dieses Tutorial relativ irrelevant, das ist nur, dass das hier nicht ganz so schlimm aussieht, könnt ihr getrost überspringen, wenn ihr eigene Buttons definiert habt. Aber wie genau funktioniert jetzt Seaming? Ich habe hier ein Default-Seme, wie gesagt, das wird hier oben importiert, genauso wie das Neon-Seme und das Dark-Seme, was wir gleich auch noch ergänzen werden, aber als erstes wollen wir unser Default-Seme definieren. Und wir setzen ja auf unseren Body quasi später dieses Seam-Dataset, also dieses Data-Attribute und wir können jetzt hier einfach CSS-Variablen definieren. Das funktioniert wie folgt, ihr macht mir zweimal Bindestrich und fügt jetzt hier zum Beispiel einfach den Namen zu Prime. Ich empfehle aber, wenn ihr viele CSS-Variablen habt, zum Beispiel für Abstände, für Schriften, für zum Beispiel Farbvariablen oder alles Mögliche, überlegt euch noch so kleine Prefixes. Ein gängiger Prefix ist sowas wie CLR und dann der Name der Variablen, also zum Beispiel CLR Prime für Color. Hier sage ich jetzt, okay, unser Default-Variabel hat die Color schwarz als Prime und wir haben insgesamt drei Variablen, in unserem Fall zum Beispiel auch noch Secondary und Background. Ihr könnt natürlich hier unendlich viele Farbvariablen ergänzen, aber für das Verständnis dieses Tutorials sollten drei Farbvariablen, denke ich, mehr als ausreichen. In eurem eigentlichen Projekt, also hier jetzt wieder in unserer Style-CSS, kann ich ja zum Beispiel sagen, ich habe hier ein Body und sage hier Background Color und kann jetzt hier über War und dann Klammer auf Klammer zu unsere Farbvariable, zum Beispiel Background definieren, speichere das ab und ihr seht jetzt hier hinten ist die Farbe schon grau geworden, wie wir das in unserem Default-Theme definiert haben. Persönlich arbeite ich aber lieber mit den SCSS- oder SAS-Variablen statt den quasi CSS-Variablen, einfach weil das ein bisschen weniger Text ist und meiner Meinung nach das Highlighting ein bisschen besser funktioniert. Deswegen definiere ich mir immer sehr gerne noch eine Farbvariable, zum Beispiel Color Background und sage dann hier quasi einfach die Variable, die aus meinen CSS-Variablen kommt, definiere ich mir als SAS-Variable, um diese hier einzufügen. Funktioniert, wie ihr seht, genauso, es hat sich nichts verändert, es ist einfach eine persönliche Präferenz von mir, müsst ihr natürlich in keinem Fall übernehmen. Ich kann das jetzt mit allen drei Farbvariablen machen und dann zum Beispiel auch noch meinem Button eine Hintergrundfarbe geben, genauso wie eine Schriftfarbe, sodass quasi mein Button, das Theaming, meines Themes auch übernimmt. Jetzt haben wir hier schwarze Buttons, weil wir unsere Background Color Prime definiert haben und wie ihr seht, in Default-Theme ist unsere Prime-Variable einfach schwarz. Das Ganze kopieren wir uns jetzt und öffnen mal unsere anderen beiden Theme-Dateien. Und zwar habe ich hier unser Dark-Theme. Unser Dark-Theme hat natürlich ebenfalls unsere drei Theme-Variable, nämlich Prime, Secondary und Dark, also Background. Allerdings greifen die hier auch verschiedene Farbvariablen zu. Zum Beispiel ist hier unser Prime so ein heller Grauton, unser Secondary ist ein dunkler Grauton und unser Background ist einfach schwarz. Aber wie genau, wenn wir das jetzt abspeichern, können wir jetzt zwischen Dark und Light bzw. Dark und unserem Default-Theme unterscheiden? Wir können hier mit CSS-Operatoren bzw. Selektoren unser Theme ansprechen, abhängig von unserem Dataset. Wir können also hier mit zweieckigen Klammern sagen, wir haben unser Data-Attribute und das heißt ja Theme. Das können wir jetzt definieren und sagen, wenn unser Data-Attribute Theme-Dark ist, dann wollen wir gerne diese CSS-Variablen definieren. Wenn ich jetzt hier im Default bin, seht ihr, alles sieht Default aus. Wenn ich hier auf Dark klicke, wird das hier zu Dark und das passiert, wenn ich hier nochmal den Editor öffne, weil hier Data-Theme-Dark ist und wir hiermit quasi dann für unseren Body diese Farbvariablen definieren. Das hier funktioniert natürlich genauso für das Neon-Theme. Ich kann einfach hier das Neon-Theme öffnen, gehe hier rein, sage Theme-Neon und definiere mir hier die Farbvariablen für das Theme-Neon, speichere das Ganze ab, kann jetzt auf Neon klicken und seht ihr Theme-Neon, Theme-Dark und Theme-Default. So, um potenziellen Fragen von euch vorzubeugen, in der Videobeschreibung sind verlinkt drei Videos, wie ich schon mal auf verschiedene Dark-Light-Mode-Switches und Möglichkeiten eingegangen bin. Ich möchte jetzt aber auch nochmal zeigen, wie ihr das in dieses Skript mit einigen wenigen Klammern, Zeilen, JavaScript per Default steuern könnt. Und zwar sagen wir hier einfach eine Variable, die heißt Dark-Mode. Das wird später eine True-Faults-Variable, ob wir einen Dark-Mode haben oder eben nicht. Wenn wir einen Dark-Mode haben, müssen wir das erstmal abfragen, was der Nutzer für ein Preferred-Color-Scheme eigentlich nutzt. Und hier sagen wir einfach Window, Punkt und dann Match-Media. Match-Media ist eine Möglichkeit, mit JavaScript Media-Queries abzufragen. Und wir können jetzt hier hingehen und sagen, okay, wir wollen gerne das CSS-Media-Querie abfragen, nämlich Preferred-Color-Scheme und dann hier Dark. Also ist quasi der Nutzer gerade in einem Dark-Mode. Wenn ja, match das Ganze, dann wird quasi Dark-Mode hier zu einer True-Faults-Variablen. Und wir können jetzt sagen, if Dark-Mode ist true, dann soll etwas passieren oder wenn Dark-Mode false ist, soll etwas anderes passieren. Und zwar können wir jetzt hier unser Color-Scheme aufrufen und sagen, okay, wir haben hier ein Color-Scheme und hier oben. Und sagen jetzt hier, okay, wenn das Ganze Dark-Mode ist, dann sagen wir Theme-Dark als Default-Möglichkeit direkt beim Laden quasi der Seite. Und wenn das nicht der Fall ist, dann macht das jedoch bitte raus und wir speichern das ab. Wie ihr seht, ich bin aktuell in einem Dark-Mode. Und jetzt lädt die Seite nicht mehr in dem Default-Zustand, sondern direkt mit unserem Theme-Dark, sodass das direkt angesprochen wird. Ich kann immer noch switchen, also der Nutzer kann immer noch hin und her switchen, aber wenn ich die Seite jetzt neu lade, lädt sich automatisch der Dark-Mode und das hängt dann natürlich vom Nutzer ab. Also falls ihr das implementieren möchtet, ist das in zwei Minuten ebenfalls hinzugefügt. So, das war's wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch und einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik habt, findet ihr unten in der Videobeschreibung jede Menge Social-Media-Links, wo ihr mich erreichen könnt, aber auch Affiliate und andere Partnerseiten, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder, bis dahin viel Spaß und ciao.